Nein, ich dir nichts sagen. Ich führe sowas viel zu alt. Klonoa, Mus zuwerfen, schlimme Sache ist. Na ja, ihr mich gerettet, ich euch danke. Schon weiß, nicht alles erzählen müsst, König der Finsternis wieder erweckt. Mondanhänger, Sängerin Lephys und ein Traum nicht aus dieser Welt. Wie Legende vorhergesagt, der Legende nach. Der Mondanhänger ist ein mystischer Schlüssel, Der Mondkönigreich lässt erscheinen. Bereitet Altar ins Sonnentempel, Dann Weg sich öffnen wird. Wo Mondanhänger jetzt? Böse Gestalten ihn suchen, Ihr gut aufpasst, ihn versteckt gut. Nehmt Weg durch Windruinen, Abkürzung nach Hause, dort drüben. Aber viel mehr Gefahr als normaler Weg. Passt auf, gut. Jetzt wieder Frieden einkehrt. Willkommen, ihr habt gut gekämpft. Ich Geschichten erzähle von eurer Reise. Welche ihr anseht? Willkommen, welche ihr anseht. Okay, wieder ihr kommt. Ich bin jetzt ein zehnt.